Hallo! Hallo! Ja, wir haben jetzt Nach-Sonnenuntergang und das Land ist im Nebel. Aber darum, ich bin nicht. Das ist kein Nebel. Hätte ich mit meiner Drohne fliegen können, ja. Aber das ist egal. Ja, ich genieße jetzt quasi die Aussicht auch. Wahnsinn, echt! Super! Ja, und ich nehme dich einfach einmal mit auf dem Abendspaziergang. Da siehst du einmal nichts außer Landschaft. Ja, das ist so mein Standard-Wanderweg. Wenn ich nicht unbedingt die Waldemann-Landläufe mache, so direkt. Ich wollte eigentlich was filmen über so Hügelgräber. War auch echt cool gewesen im Nebel. Ja, aber ich hatte jetzt keine Lust gehabt. Ich habe mir gedacht, hey komm, schaust du einmal herauf. Über den Nebel, über die Landschaft. Ja, jetzt bin ich dabei halt so weit. Ja. 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 Das war's. Ja, haben sie das ganze Zeit weggehäckselt, ja, blöd, aber, ja, super, ich mach den Nebel. Ja, das war jetzt so meine Runde um den Weih, und da im Wald, das Einhundegebell, keine Ahnung, geht sich nicht gesunder, aber jetzt ist schon still. Ja, und ich geh jetzt heim, und ich wünsch dir einen schönen Abend, oder einen schönen Tag, und es sein mir das auch scheiß, gell. Ciao.